Martin ist ein Unternehmer und er bekommt häufig Verträge und Angebote von seinen Kunden und Lieferanten. Er muss die Unterlagen lesen und versteht nicht immer das Kleingedruckte. Deswegen ruft er häufig seinen Anwalt an und fragt ihn um Rat. Sein Anwalt betreut aber viele Mandanten und ist meistens nur schwer zu erreichen. Außerdem kostet ein kurzes Telefonat und das Prüfen der Dokumente oft hunderte Euro. Aber guter Rat ist nun mal teuer. Teuer, denkt sich Martin, muss das nicht sein. Und deswegen recherchiert er und stößt dabei auf JuraFox, eine digitale Anwaltskanzlei im Internet. Auf der Webseite von JuraFox findet er heraus, dass die Beratung nicht pro Anruf, sondern ganz einfach zum monatlichen Festpreis abgerechnet wird. Für nur 39 Euro im Monat kann er seinen Anwalt so oft anrufen wie er mag und er kann kurze Fragen klären. JuraFox bietet aber noch viel mehr, wie zum Beispiel außergerichtliche Vertretung, Datenschutzthemen, Absicherung der Webseite, Schreiben von AGBs und und und. Martin entscheidet sich für die virtuelle Kanzlei und kann sich endlich um sein Business kümmern, ohne sich Sorgen zu machen. Er schickt zum Beispiel Dokumente einfach von unterwegs oder erklärt seine Fragen ganz simpel per WhatsApp. Das geht sogar, wenn Martin in einem Meeting sitzt oder im Zug. Martin hat plötzlich viel mehr Freizeit und kann sich mit Dingen beschäftigen, die ihm Spaß machen. Er kann sogar mal wieder in den Urlaub fahren, denn mit JuraFox spart er jede Menge Geld und Zeit, denn er lässt seine externe Rechtsabteilung die Arbeit machen und lehnt sich einfach zurück.